Das Gipfeli und seine Geschichte Die meisten von uns haben eine Schwäche für Gipfeli. Aber kennt ihr auch seinen Werdegang? In der heutigen Folge erfahre ich dir mehr darüber, wie das Croissant zu seinem Ruhm gekommen ist. Das berühmte Croissant oder Gipfeli, wie es bei uns in der Schweiz genannt wird, ist heutzutage aus dem Alltag noch mehr wegzudenken. Sei es am Morgen zusammen mit dem Coffee to go oder bei einem Ausgiebigen zum Morgen, es gehört einfach dazu. Interessant ist, von wo das Gipfeli kommt und wie es überhaupt die besondere Form bekommen hat. Über die Entwicklung des Gipfeli gibt es viele Legenden. Eine beseit, dass das Croissant im Jahr 1683 nach der Belagerung von Wien dort die Türken erfunden worden sei. Der Grund dafür ist, dass die Türken in der Nacht einen Tunnel unter der Stadtmauer durchgraben wollten. Dabei sind sie jedoch von den Wiener Bäckern, die um diese Zeit bereits wach und am Arbeiten waren, gehört und bemerkt worden. Und diese haben den Alarm geschlagen. So konnte die Wiener Armee entsprechend reagieren und konnte den Angriffsversuch unterbinden. Passend zur SIGESVIR ist ein Gebäck erfunden worden, das die Form des türkischen Halbmonds hatte. Die gleiche Geschichte soll sich im Jahr 1686 abgespielt haben, wo die damalige Stadt Buda, heute ein Teil der ungarischen Hauptstadt, dort die kaiserliche Truppe der Türken zurückerobert worden ist. In welcher Stadt sich jetzt effektiv die Geschichte abgespielt hat, weiss aber niemand mehr so genau. Gehen wir mal von der ersten Legende aus. Aber wie kommt jetzt das Croissant auf Frankreich? Mit der Verheiratung von Marie-Antoinette, Tochter von Franz I. und Maria Theresia, auf Frankreich ist er in Leibbeck ebenfalls mit auf Paris gekommen. Dass in einem Land, wo seine Sprache so reinhaltet, das Gebäck jetzt unbenannt hätte werden müssen, ist keine Frage. So hat der österreichische Kipferl den neuen französischen Namen Croissant bekommen, was so viel wie «aufgehender Mond» bedeutet. Und somit wissen wir ja jetzt auch, woher das schweizerische Gipferli kommt. Wir haben es einfach von den Österreichern copy-pasted, ein bisschen abgeändert und voilà, das Gipferli ist geboren gewesen. Das Croissant im Allgemeinen hat sich ratzfatz in ganz Frankreich, in ganz Europa und später auf der ganzen Welt verbreitet. Und jetzt ist es der Z-Morgen-Klassiker-Schlechthin und noch mehr wegzudenken.